Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und den My Hero Academia Bonus-Zielen. Dieses Mal eliminiere einen Gegner, während du im Schnee oder auf Eis stehst. So eine ähnliche Aufgabe gab es schon mal, aber machen wir jetzt trotzdem nochmal. Das ist auch Phase 1 von 2. Das heißt, wir landen irgendwo hier oben, stehen auf dem Schnee und töten einen Gegner. Das ist auch schon alles. Danach kommt Phase 2 von 2, aber die gucken wir uns dann an, wenn es so weit ist. Jetzt gibt es erstmal einen Clip für Phase 1 von 2. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.